Eine Mitteilung vom Autor. Ohne Aufpreis. Schlimmes Ende wurde ursprünglich in Fortsetzung geschrieben, weshalb die Kapitel Folgen genannt werden und nicht Kapitel. Diese Folgen wurden meinem Neffen ins Internat geschickt, wo sie zu meiner Überraschung von Schulleiter und Schulleiterin Pa und Ma Brown laut vorgelesen wurden. Deshalb schwankt die Anrede zwischen dem trauten Du und dem nicht weniger trauten Ihr. Ihnen, meinem Neffen Ben, sowie in alphabetischer Reihenfolge Cordelia, Francesca, Hattie, Henry, Isabella, Katie und auch Ted Riley ist dieses Buch gewidmet. Möge Ihr Leben und Deins, Ihrs, Euers auch voll törichter Abenteuer sein. Philipp Adag, England im Jahr 2000 Philipp Adag, England im Jahr 2000 Schlimmes Ende von Philipp Adag Deutsch von Harry Rowold Folge 1 Wellig an den Rändern In welcher Eddie Dickens zu seinem eigenen Besten weggeschickt wird Als Eddie Dickens elf Jahre alt war, bekamen seine beiden Eltern so eine abscheuliche Krankheit, von der sie gelb und an den Rändern etwas wellig wurden und nach alten Wärmflaschen rochen. Damals gab es viele solcher Krankheiten. Vielleicht hatte das mit dem vielen dicken Nebel zu tun, mit dem knubbeligen Kopfsteinpflaster und damit, dass sich alle zu Pferde fortbewegten. Sogar aufs Klo. Wer weiß. Es ist sehr epidemisch, sagte sein Vater. Und ansteckend, sagte seine Mutter, die an einem Eiswürfel in Gestalt eines berühmten Generals lutschte. Sie waren im Schlafzimmer von Eddies Eltern, welches sehr dunkel und dreckig war und in dem es außer einem großen Doppelbett, einem noch größeren Kleiderschrank und 32 verschiedenen Stühlen, die alle so gebaut waren, dass man kerzengerade auf ihn sitzen musste, selbst wenn man mit den Hand an die Fußgelenke gefesselt war, keine Möbel gab. Warum lutscht du an einem Eiswürfel in Gestalt eines berühmten Generals, fragte er die beiden Eltern, die, gegen Stapel von Kissen gelehnt, aufrecht in ihrem beeindruckend hässlichen Doppelbett saßen. Dr. Kick sagt, es hilft gegen die Schwellung, sagte seine Mutter. In Wirklichkeit sagte sie, weil sie einen berühmten generalsförmigen Eiswürfel im Mund hatte, natürlich, Dr. Kick sagt, es hilft gegen die Schwellung. Aber Eddie gelang es, das zu übersetzen. Welche Schwellung, fragte er höflich. Seine Mutter zogte die Achseln und sah plötzlich noch gelber und an den Rändern noch welliger aus. Und warum müssen sie berühmter Generalsförmig sein, fragte Eddie. Er stellte immer viele Fragen und immer, wenn er viele Fragen stellte, sagte sein Vater, Fragen, 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 sagte sein Vater. Sag ich doch. Aber warum wie ein berühmter General, wiederholte Eddie. An der Form des Eiswürfels kann es doch nicht liegen, oder? Wo komm, wenn du kein Befehl hast, maulte seine Mutter und das hieß, und es heißt immer noch, da kann man mal sehen, dass du keinen Schimmer hast. Sein Vater raschelte mit dem Bettzeug. Man stellt den guten Onkel Doktor nicht in Frage, sagte er, besonders nicht, wenn man ein Kind ist. Er war ein kleiner Mann, außer wenn er im Bett saß. In dieser Stellung wirkte er überaus groß. Dann raschelte Eddies Mutter mit dem Bettzeug. Es war leicht, mit dem Bettzeug zu rascheln, denn es war ausschließlich aus braunen Papiertüten hergestellt, die mit diesen Extrastreifen gummierten Papiers aneinandergeklebt waren, die man kriegt, wenn man auf dem Postamt mehr als eine Briefmarke kauft. Briefmarken waren damals noch eine ziemlich neue Erfindung, und alle, außer einer meiner Urgroßtanten mütterlicherseits, fanden sie sehr aufregend. Das Gute daran, dass es damals so wenig Briefmarken gab, war, dass noch niemand auf die Idee gekommen war, sie zu sammeln und in Alben zu kleben und einen richtig damit zu langweilen. Es gab keine Briefmarkensammler. Außerdem war es gut, dass es keine Briefmarkensammler gab, weil Lehrer sich nicht an ein wehlloses Kind anschleichen und es fragen konnten, wie Philatelist geschrieben wird. Anmerkung, bereits damals dachten Lehrer es, wenn sie Kind dachten. Manches ändert sich eben nie. Jedenfalls war es selbst für damals eher ungewöhnlich, Bettzeug aus braunen Papiertüten zu besitzen, sogar außergewöhnlich ungewöhnlich. Und Bettzeug wurde damals noch mehr aufhebens gemacht als heutzutage. Es gab keine polyestergefüllten Daunendecken mit separat waschbaren Bettbezügen. Aber nein, damals gab es Unterdecken und Unterlaken und Überlaken und Mittellaken und sieben verschiedene Sorten von Überdecken. Diese rangierten von solchen, die dicker waren als eine Holzplanke, aber nicht so weich, bis zu welchem die Löcher hatten und auch haben sollten. Um ein Bett ordentlich zu machen zu können, durchlief das durchschnittliche Zimmermädchen eine sechs- bis achtwöchige Ausbildung in einem speziellen Lager. Selbst dann bestanden nicht alle die Prüfung und wenn eine durchgefallen war, verbrachte sie den Rest ihres arbeitsfähigen Lebens in einem Schrank unter der Treppe. Der Schrank unter der Treppe des Dickenshaushalts wurde von der Laberlese bewohnt. Sie verbrachte ihre Tage im Finstern mit verschiedenen Aufnehmern, Eimern und Besen und mummelte Sachen wie »Auch in den Ecken wischen« und »Der aufgeraute Teppichsaum ist der schlimmste.« Sie kam nie heraus und wurde mit Schinkenscheiben und einem Nahrungsmittel gefüttert, die dünn genug waren, um unter der Schranktür durchzupassen. Der Grund dafür, dass Mr. und Mrs. Dickens raschelnde braune Papierlaken und Decken hatten, war, dass dies Teil der Behandlung war. Dr. Keks gab immer sehr strikte Anweisungen, was die Behandlung betraf. Der Geruch nach alten Wärmflaschen hatte auf Eddies »Das geht gerade noch« Skala schon beinahe die »Unerträglich« Marke erreicht und er hielt sich sein Taschentuch vors Gesicht. »Du wirst den Raum verlassen müssen, mein Junge«, sagte sein Vater. »Du wirst das Haus verlassen müssen, mein Junge«, sagte seine Mutter. »Wir können nicht riskieren, dass du ganz gelbunfällig und übel riechen wirst. Nach den Unsummen, die wir dafür ausgegeben haben, dass du ein richtiger kleiner Gentleman wirst, wäre das rausgeschmissenes Geld. Weshalb wir dich zum wahnsinnigen Onkel Jack schicken werden«, erklärte sein Vater. »Ich wusste gar nicht, dass ich einen wahnsinnigen Onkel Jack habe«, staunte Eddie. »Er hatte noch nie von ihm gehört«, er hörte sich nach einem ziemlich aufregenden Verwandten an. »Ich habe nicht gesagt, dein wahnsinniger Onkel Jack, er ist mein wahnsinniger Onkel Jack«, sagte sein Vater. »Wenn du nur mal zuhören wolltest, demnach ist er dein Großonkel.« »Ach«, sagte Eddie enttäuscht, »du meinst den wahnsinnigen Großonkel Jack«. Dann wurde ihm klar, dass er von dem auch noch nie gehört hatte und er hörte sich genauso aufregend an wie der andere. »Wann lerne ich ihn kennen?« »Er ist im Kleiderschrank«, sagte seine Mutter und zeigte auf den großen Kleiderschrank am Fußende des Bettes, falls er Sohn vergessen hatte, wie er im Kleiderschrank aussah. Eddie Dickens öffnete zitternd, der Kleiderschrank war aus Espenholz, die Kleiderschranktür. Drinnen, inmitten der Kleider seiner Mutter, stand ein sehr, sehr, sehr großer und sehr, sehr, sehr dünner Mann mit einer Nase, der ein Papageienschnabel gleich viel weniger schnabelhaft wirken ließ. »Tag«, sagte er mit einem »G«, nicht mit einem »ch«. Es war eindeutig ein Tag und kein Tag. Der wahnsinnige Onkel Jack streckte die Hand aus. Eddie ergriff sie. Seine kleiner Gentleman-Lektionen waren also doch nicht komplett rausgeschmissenes Geld gewesen. Der wahnsinnige Onkel Jack stieg aus dem Kleiderschrank und auf eine ovale Matte, die von Kindern im Sankt Fürchterlichheim für dankbare Waisen gestrickt worden war. Merkt euch dieses Haus. Sankt Fürchterlichheim für dankbare Waisen. So, ich hab's nochmal für euch hingeschrieben, soll bloß keiner sagen, dass ich nichts für euch tue. Merkt euch den Namen. Eines Tages werdet ihr ihm wieder begegnen und das wahrscheinlich zwischen den Deckeln dieses Buches. »Du bist also Edmund Dickens«, sagte der wahnsinnige Onkel Jack und studierte den Jungen. »Stimmt, Sir«, sagte Eddie, der in Wirklichkeit »Edmund« mit Vornamen hieß. Eddie Dickens Vater räusperte sich, wozu er ein fachmännisches Räusperstäbchen verwendete. Das gehörte alles zu Dr. Keeks Behandlung. »Edmund«, sagte Mr. Dickens, »du gehst mit meinem Onkel mit und wohnst bei ihm, bis deine liebe süße Mutter und ich«, er hielt inne und küsste Mr. Dickens auf die Stelle ihres Gesichts, die am wenigsten gelb und am wenigsten wellig an den Rändern war, ein kleiner Abschnitt direkt unter dem linken Ohr. »Wieder wohl aufsinnend. Du darfst in seiner Gegenwart nie etwas Grünes tragen, du musst jeden Tag mindestens fünf Gläser lauwarmes Wasser trinken und du musst immer tun, was er dir sagt, ist das klar?« »Ja, Vater«, sagte Eddie. »Und Jonathan«, fügte seine Mutter hinzu, denn Jonathan war ihr Kosename für Eddie, wenn sie nicht auf seinen richtigen Namen kam. »Ja, Mutter?« »Pass bitte auf, dass du nicht fälschlich für ein Waisenkind gehalten wirst, welches ausgerissen ist, denn dann wird man dich ins Waisen ausbringen, all wo du Grausamkeit, Not und Elend erleiden wirst.« »Mach dir keine Sorgen, Mutter, das wird nie passieren«, sagte Eddie Dickens und tat den Gedanken als lachhaft ab. Oh, hätte er sich doch zu Herzen genommen. Der wahnsinnige Onkel Jack wollte noch schnell aufs Klo, bevor er aufbrach, und da er mit dem Haus nicht vertraut war, hatte er Schwierigkeiten, damit sein Pferd die Treppe hinauf zu zwingen, ohne ein bis zwei Familienporträts von der Wand zu fetzen. Dass er die Porträts nur Minuten zuvor dort angenagelt hatte, machte alles nur noch lästiger. Er nahm die Gemälde immer mit, wenn er sich weiter als elf Meilen von zu Hause entfernte. Weil sein Haus zwölf Meilen vom nächsten Haus entfernt war, bedeutete das, dass er sie immer bei sich hatte. Ein Hauptbestandteil der Behandlung war, dass weder Mr. Dickens noch seine Frau Mrs. Dickens ihr Bett häufiger als dreimal täglich verlassen durften. Weil sie an jedem Tag bereits zweimal aufgestanden waren und beide planten später noch einmal aufzustehen, um gegen ihre Freunde und Nachbarn Mr. und Mrs. Thackeray, die drüben auf dem kleinen Gutshof wohnten, in Armdrücken anzutreten, konnten Eddies Eltern nicht aufstehen, um sich von ihm zu verabschieden. Stattdessen wurde das Bett aus dem Fenster vermittels einer Winde und Seilen herabgelassen, die aus den Laken geflochten worden waren, welche man, seitdem die Behandlung begonnen hatte, nicht mehr brauchte. Viel Glück, mein Junge, sagte Eddies Vater. Unter diesen extremen Umständen würde ich dich sogar küssen, aber ich möchte nicht, dass du dich ansteckst. Gute Besserung, Vater, sagte Eddie. Benimm dich, Simon, sagte seine Mutter. Simon war der Name, den Mrs. Dickens benutzte, wenn sie nicht darauf kam, dass er eigentlich Edmund hieß und dass sein Cosename Jonathan war. Benimm dich! Mach ich, sagte Eddie. Gute Besserung, Mutter. Es hatte angefangen zu regnen und die Regentropfen vermischten sich mit den Tränen, die auf dem Gesicht seiner Mutter herunterkullerten. Sie schälte gerade eine Zwiebel.